seht ihr die königin freunde ich sehe da sie da ist die süße da ist meine königin sieht man fast nicht richtig schaut euch das einmal an man muss schon genau wissen wo sie ist und wie sie ausschaut da ist sie die ist nicht gekennzeichnet von der seite ist natürlich auch schwierig sie zu sehen aber ihr seid ja jetzt langsam profis ok also in dem sinne jetzt tun wir das rähmchen ganz vorsichtig rein weil es wäre natürlich blöd wenn irgendwas mit der königin passieren würde in dem sinne ganz liebe grüße tschüss